Hallo zusammen, mich hier ist wieder Outschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault aufmachen, der sich hinter mir befindet und da hoffentlich den ein oder anderen Routen Loot rausziehen. Und ja, ich bin so ein bisschen am spekulieren und zwar, ich habe letzte Woche im M-Plus eine Waffe bekommen und die will ich eigentlich upgraden, weil die hat halbwegs gute Stats, die hat Versa und Tempo, das kostet aber relativ viele von diesen, was sind es denn im Moment, Tapferkeitspunkte, genau so heißen die. Jetzt dachte ich mir, komm, ich warte jetzt noch, bis ich den Vault öffne, nicht, dass in dem Vault eine Waffe drin ist und dann würde ich mich natürlich ärgern. Ich habe noch ein paar andere Items, die ich upgraden will, unter anderem eventuell noch den Gürtel, beziehungsweise, ich glaube, ich habe noch irgendwo Schuhe, wobei die haben nicht so gute Stats, eine Brust hätte ich auch noch, die ganz okaye Stats hat, ne? Beziehungsweise das Trinket, das bin ich auch am überlegen, das ist, glaube ich, mein 5 bestes Trinket und ich habe jetzt aus dem Raid so das Beste an, ne? Also zumindest offensiv gesehen und ja, vielleicht kommt ja jetzt hier mein zweitbestes Trinket raus, was auch aus meinem Plus droppen kann und mal gucken, das hängt jetzt alles so ein bisschen damit zusammen, was ich upgrade. Letzte Woche war ich halbwegs aktiv, ich habe, glaube ich, 4 im Plus gemacht, jetzt kommen wir langsam mit dem Score so ein bisschen voran und ja, im Raid waren wir auch durch, ich glaube, HC haben wir 7 gemacht und NAC sind wir durch, einmütig, aber der bringt für den Vault nichts und jetzt, ja, drück mir die Daumen. Oh, ich sehe einen Ring und ich sehe hier eine Waffe, oder? Hier ist auch eine Waffe drin. Was? Es sind halt zwei Waffen drin? Oh nein, das ist die, die 226er aus dem Ding hier. Ah, oder Herrschaftssockelgear. Ah, ha, 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 ha. Scheiße, was, was nehme ich jetzt? Das ist jetzt, das ist jetzt eine kackschwierige Entscheidung. Was ist auf dem Ring drauf? Tempokrit, also ich habe quasi... Ach, komm, warum kriege ich denn kein Versa-Gear? Was ist mit dir? Tempokrit habe ich auf beiden Items drauf. Das wäre halt ein maximales Upgrade, ne? Vom Item-Level zumindest. Du hast dieselben Schultern wie letzte Woche? Waren die auch schon drin? Letzte Woche in dem Ding? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Boah, ich bin jetzt richtig am Überlegen, ne? Ich müsste mal gucken. Also, du meinst, ja... Ja, es ist nicht viel Versa drauf, ne? Ich habe hier 31 Versa drauf. Hm. Hm. Das ist echt eine schwierige Entscheidung, ne? Ich könnte das, glaube ich, simmen. Ähm, ich habe da letztens was gesehen, dass du dein Vault auch simmen kannst. Ähm, dann gucke ich mir das jetzt mal an. Ähm, und zwar... Auf Raid-Bots. Und schaue mal einfach an, wenn ich das theoretisch, theoretisch durchsimmen würde. Da kann man nämlich hier genau... Warum hat er das jetzt zweimal drin? Okay, ich habe es irgendwie doppelt reingepostet. Kann das sein? Schauen wir mal. Ah, okay. Er hat jetzt quasi hier einmal die Items. Und die kann ich jetzt einmal alle anklicken. Habe ich mal ein Single-Target-Gear an? Oh, ne, ich habe mein Single-Target-Gear gar nicht an. Ähm... Warum habe ich mein Single-Target-Gear nicht an? Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ach, ich habe gar kein Legendary an. Wait. Wait. Ah, okay. Ich habe letztens ein bisschen... Warte mal, ich hatte doch in der M-Plus ein Legendary an, oder? Jetzt bin ich gerade vor unsichert. Okay. Ich hoffe, dass ich in der M-Plus das Legendary anhat. Aber ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Okay, jetzt posten wir das nochmal rein. Sonst muss er dann mehrere Sachen durchdingsen. Okay. So. Also wahrscheinlich sind das am besten, wenn ich dann den Z-Bonus habe. Vermute ich zumindest. Ähm... Aber den Frost-Set-Bonus, den will ich ja im Endeffekt nicht spielen, ne? Nehmen wir das Trinket noch mit rein, dass er das noch mitzimmeln kann. Okay, sonst haben wir alles. Eins, zwei, drei Items. Achso, die Waffen haben wir ja auch noch, ne? Ist halt zwei Waffen einfach drin, ne? Krass. Also die Waffe wird auch besser simmen. Aber das hier kann ich, glaube ich, höher upgraden. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier noch irgendeinen Schad anklicken. Ähm... Ich weiß gar nicht, habe ich bis jetzt einen Frost-Chart im Gear drin? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kein Frost-Chart. Hier ist auch keiner. Und ich hatte, glaube ich, noch einen Kopf, den ich dann anlege. Aber ich glaube, in dem Kopf hatte ich einen Blue-Chart. Ja, genau. Die zwei Frost-Charts hatte ich hier nicht drin. Ich habe den einen noch gar nicht, ne? Ja gut, den anderen Frost-Chart habe ich nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach mal das Absorb-Ding rein. Das habe ich nämlich. Das scheint noch das Sinnigste zu sein. Es gibt einen, der halt hier Damage verursacht. Der halt schon nicht so verkehrt ist. Aber genau den habe ich natürlich wieder nicht. Oder doch, warte mal. Ich habe den doch irgendwo. Doch, den hatte ich hier drin. Ah, wait. Ich könnte mit den Schultern dann sogar das Set-Bonus fertig kriegen. Hm. Vielleicht ist es dann sogar besser. Aber dann wähle ich trotzdem den Absorb-Chart aus. Schauen wir mal, was er dann mir berechnet, ne? Weil ich wusste bis vor ein paar Tagen gar nicht, dass man hier das dann auch simmen kann. Das ist, glaube ich, der Einser-Chart. Okay, dann haben wir soweit alles drin. Das wird jetzt wahrscheinlich einen Ticken dauern. Dann gucken wir mal, was er sagt. So, da la. Ich habe jetzt einiges hin und her überlegt, den Sim auch durchlaufen lassen. Habe als erstes vergessen, hier die VZ-Som mit drauf zu klatschen. Das macht nämlich auch noch mal einiges aus. Die haben wir gerade noch mal ausgewählt. Und zwar sehen wir jetzt hier quasi im Sim das Gear, was ich gerade anhabe. Und dann, was Änderungen ausmachen würden, wenn ich zum Beispiel den Umhang nehme und hier die Trinkets tausche, habe ich ein DPS mehr, ne? Mit dem Ring habe ich ganze... Oh, warte mal, ist da die... Doch, ich glaube, da ist auch die VZ. Da habe ich ganze drei DPS mehr. Das lohnt sich auch nicht. Die Schultern würden mir 25 DPS bringen. Das wird sich schon rentieren. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, wieder umgestellt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt wieder zurückkriege. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, am besten... Warte, muss ich das hier oben umstellen? Ah, ja, genau. Ähm, am besten wäre, laut der Anzeige, ähm, wenn ich quasi den Umhang hier nehmen würde, aber, ähm, beziehungsweise, ja, die Waffe wäre halt noch einen Ticken besser, ne? Also der Umhang ist das zweitbeste und die Waffe wäre das Beste. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich den Umhang nehme und, ähm, oder die Waffe, aber wahrscheinlich nehme ich eher die Waffe. Einfach deswegen, weil die Waffe, ich habe vorhin ja geguckt, kostet ewig viel zum Upgraden und es wäre nur zwei Itemlevel besser als das Item, was ich, ähm, mir upgraden könnte im Moment. Das würde mich 3K Punkte kosten. Deswegen nehmen wir die Waffe einfach raus und dann kann ich mit meinem Upgradezeug einmal den Gürtel ein bisschen upgraden und hier das Trinket und ich glaube, da fahre ich overall dann ein Stück besser mit. Ich, ich müsste jetzt mal gucken, hier sagt er mir, das merkt man uns vielleicht jetzt einfach mal, ähm, zwei, ähm, oder ich kann es ja offen lassen, ne? Also das, ähm, Top-Ding wären dann quasi 5288 und jetzt gray ich das einfach mal ab und gucken wir das mal an, wie das, wie das dann aussieht. Heißt, ähm, wir nehmen jetzt einmal diese Waffe raus, die hat jetzt auch keine optimalen Stats, aber sei es drum, dass wir das haben. Ich denke mal, das Drop beim ersten Boss, da kann ich auch das Mythic-Ding kriegen, der Ring war eh nicht so gut und hier ist halt, ähm, ne, ist halt auch eher ungünstig, so vom, von den Stats her. Dann nehmen wir die Waffe, jetzt muss ich gucken, ja, wir haben die richtige Waffe ausgewählt. Jetzt kriegen wir dann einen schönen 15er. Warte mal, war ich letzte Woche nicht auch ein 16er? Ah, es könnte sein, dass der nicht in-time war, ne? Uh, Transmort haben wir auch noch gekriegt. Ah, Spitzens Aufstieg, die muss ich eh machen für eine Quest. Perfekt. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal die Waffe, holen uns eine VZ. Hm, was hatten wir da vorher drauf? Irgendwas mit, ähm, Syndic oder so? Jetzt schauen wir mal. Äh, 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 Syndhaft. Okay, das hat schon mal nicht geklappt, Gegenstandsverbesserung. Oh, heißt die vielleicht anders? Ach. Das N hat er verschluckt, Syndhaft, ähm, und wo haben wir sie? Waffe hier, ne, ja, gut. Die VZ sind halt echt richtig günstig, das ist das Gute im Moment. Okay. Dann klatschen wir das einmal hier drauf. Und dann grade ich jetzt einfach die beiden Teile ab und dann müsste es ja halbwegs passen. Dann hoffe ich einfach, dass ich die Woche die Schultern kriege aus dem, ähm, HC oder aus dem Mythic-Modus. Mal schauen, dann müsste ich auf jeden Fall die drin haben. Für die zwei 52er-Items ist es jetzt halt ein bisschen schade, ne? Ähm, ich hätte gern ein paar mehr von den 252er-Items im Gear. Ich hab ja einmal schon das Trinket hier, was, äh, eigentlich, ähm, Mistik ist, weil ich's jetzt nicht mehr anlege, was schlechter ist. Denn den einen Ring hab ich ein bisschen verkackt, weil er jetzt drei Item-Level zu niedrig ist und den Umhang haben wir jetzt nicht genommen. Also die, die ganzen zwei 52er-Items waren es leider alle ein bisschen für die Katze. So, aber wir können jetzt hier, ähm, den Gürtel upgraden. Das war das hier jeweils zwei Stufen und für 12 müsste ich dann die 2K-Wertung haben. Das Trinket tun wir jetzt auch nochmal upgraden. So, wie viele Punkte hab ich denn jetzt noch über? Ich hab jetzt noch 600 Punkte über, ne? Also wenn ich die Woche jetzt noch die 57 hole, dann könnte ich beide Items upgraden auf ähm, was ist denn das? 2,46, ne? Kannst du das upgraden. Dann brauch ich halt den 2K-Score. Ich, ich denk mal, wenn ich jetzt noch vier Dungeons laufe, vor allem die, die ich low hab, dann müsste ich vielleicht knapp hinkommen. Dann kann ich die vielleicht upgraden. Ich glaub, das war so rum der bessere Deal als die Waffe halt, ähm, auf, was, was, 2,42, ne? Mal gucken. Jetzt könnte ich das hier ähm, auch nochmal nochmal simmen, tatsächlich, was das jetzt overall ausgemacht hat. Also wir werden jetzt wahrscheinlich besser sein, als, ähm, als was wir davor hatten. Gehen wir nochmal hier rüber und tun das jetzt mal hier rein. Jetzt gucken wir mal. was er mir sagt, ähm, jetzt kann ich eigentlich das anlassen, was ich angelegt hab. Halt, warte, ich muss den Mist wieder rausschmeißen, ne? Das checkt er immer nicht, sonst ist es immer doppelt drin. So, jetzt müssten wir es haben. Und dann tun wir das nochmal durchsimmeln und gucken mal, was er dann sagt. Ne, er hat es trotzdem irgendwie zweimal drin. Eh, gut, egal. Dann muss man mit der Waffe noch vergleichen. Sada la. Schauen wir mal. So, das Ding ist durchgesimmt. Ein bisschen besser ist es. Ähm, 69 DPS ist es quasi jetzt besser mit der Waffe und halt den Sachen abgegradet. Wenn ich die andere Waffe abgegradet hätte, weiß ich nicht, wie hoch das gewesen wäre. Aber ich denke mal, es hätte sie jetzt nicht so viel genommen und dann hätte ich mit dem Umhang vielleicht auch nur minimal was hoch gehabt. Gut, das war's soweit. Diesmal mal ein bisschen rumgesimmt, um einfach so ein bisschen zu gucken. Wie hoch wir mit was kommen können. Und ja, damit so mit dem kleinen Opening durch. Würde mich interessieren, was ihr so drin hattet. Hättet ihr eine andere Wahl getroffen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.